MASS DISHEY MAKES WINNN! MASS DISHEY MAKES WINNNN! 30, Bruder. Auf 20 Cent, überleg mal. Komm schon! Yes, Baby! Lost Relic, der Bonus ist drin. Drei. Vier. Sehr gut. Drei, Drei. 3, 1. 7. Ist okay, Dinger. 3, 3 ist schon. 4, 3. Sehr gut. 2, 2. 6, 3. Du hast das System verstanden, Crimson. Vielen, vielen Dank. 5, 1. Es geht nur bis 5, Jungs. 5, 2. Sehr gut. 2, 1. 5, 5. Letzte. Okay, Ladies and Gentlemen. Ich glaube, das gut ist. Oh, mit 13er Multi. 312, Alter. Let's go. Der Multi ist stramm. Der muss alles nur gut setzen. Oh, Bruder, da unten. Der könnte hier unten auch setzen. Oh, Bruder, 145. Auch süß. Let's go. Nächste. Jetzt hat er mich süß, wie es aussieht. Oh, der zahlt richtig gut hier unten. Der zahlt hier richtig stramm, Bruder. Wie viel Licht ist? 763. Bombastisch, Alter. 1220, Ladies and Gentlemen. Das war doch ein bombastischer Bonus. Ihr seid Maschine. Ihr seid Maschine. Einmal Ozen in den Chat für die Punkte. Weil erst mal Bonus und ein paar schöne Registrierungen, wenn ihr Bock habt. Dankeschön, Maximallus. Kuss, Bruder. Kommt schon, Jungs und Mädels. Kommt schon. Sehr gut. Noch sind die Gewinne kein. Der muss erst mal aufbauen. Kommt schon, Bruder. Nochmal, Max. Sehr gut. Top-Symbol wieder connected. 502 bis jetzt der Bonus. Muss erst mal ein bisschen aufbauen. Keine Dead Spins. Zweitbestes und nochmal top. Top-Symbol noch mal 300. Nochmal. Oh, der wird gut. Ich glaub, der ist gut. 494. 1297. Wäre wichtig. Auf geht's. Mach nochmal top. Mach nochmal top. Top-Symbol noch mal top. Top-Symbol noch mal top. Top-Symbol noch mal top. Top-Symbol noch mal top. 1.402,50 Euro, ladies and gentlemen. Bajern auf 25.000. 350 Euro Spins. Let's go. Ihr müsst jetzt believen, Jungs. Ihr müsst jetzt believen. 978. Yes, baby. Viertaus. Oh mein Gott. 5.000, ladies and gentlemen. Wieder auf 21.000 zurück. Ihr müsst believen, Jungs und Mädels. Ihr müsst believen. Nochmal 1.000. Komm schon. Das könnte jetzt richtig wild werden, Jungs und Mädels. Das könnte jetzt richtig wild werden. Jetzt haben wir ein bisschen Balance zum Arbeiten. Auf geht's. Clip nichts vergessen. Die Clips nicht vergessen, Jungs und Mädels. Auf geht's. Let's go. Das muss jetzt richtig reinhauen, Jungs. Das muss jetzt richtig reinhauen. Oh mein Gott. Einer. 1.025. Wow. Wager noch 15.000. Alex, komm schon. Knapp 2.000 nochmal lesen, gentlemen. Oh fuck, der Multi ist zu klein. Scheiße, Alter. 2700 lesen, gentlemen. Fuck, Alter. 1.050. Das könnte hier natürlich sehr, sehr schnell wagern, Jungs und Mädels. Nochmal knapp 2.000. 26.000 stehen auf der Uhr. Aber Hades geht auch schwerer rein. Meinte deswegen, ja, gefährlich. Als Zeus, ist so. Der muss hier nur kurz mal drei Felder zünden, Digga. Der soll mal drei Walzen aufmachen mit Multis. Jungs. Jungs. Was connected? Was connected? Der ist stramm. Der ist gut. Auf 14.000 ist der stramm, Jungs und Mädels. Der ist gut. Der ist gut. 1.000. Das könnten zweieinhalb oder so sein. 2.500. 3.000. 4.000. 4.300 lesen, gentlemen. Sehr, sehr stramm. Sehr, sehr stramm. Die hat, was du willst, Bruder. Du weißt. Das ist doch geil. Oh. Nein. Warum sind da keine Multis drauf? Der ist stramm. Warum sind da keine Multis drauf, Alter? Der hat alles rasiert. Wie viel ist das ohne Multi? Wie viel ist das ohne Multi? Bruder, ich glaube, der war richtig stramm. Alter, der hätte mit Multi alles zerfetzt, Digga. Der hätte mit Multi alles zerrissen. Schade. Ich habe da nochmal einen neuen Link reingepackt, Alex. Hallo, schönster Streamer. Jemand, äh. Also, hallo, schönster Streamer. Und alle heißt das. Marmurella, was geht? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ähm. Ja, Alex. Ich stream. 21.16. Und hab. Immer noch den Bein nicht zurück. Wir haben für 200 gekauft, diesen Gentleman. Wir haben den für 200 gekauft. Mal sehen, wo wir rauskommen. Ich weiß es nicht, Alex. Der wird auch wieder Chap. Warte. Oh. Oh. 500er Multi. Ein 500er Multi. Ich traue viel Verlichtnis. Er connected mit 500er Multi. Oh. Oh. Wie finde ich das? Oh. Ladies und gentlemen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. 13.003. Oh. Das ist ein Max Wink. Mein Name ist ein Max Wink. Das ist ein Max Wink. Bis zum nächsten Mal.